Willkommen zurück bei PLANET ZEIT ZWEI Der ist jetzt gestorben, schade Es ist Halloween Event, man sieht da an den Kürbissen und so weiter und macht gleich gefasst, da sind alle Spione unterwegs Schau da, Kürbis, das ist halt schön Hinten zum Kopf reinstecken, irgendwo ist ein Araxium Cutter Ähm, ich zeig mal was da jetzt, ups, BAN Event ist falsch Also, zuerst einmal so ein Kürbisgein da Ich hab noch von letztes Jahr, also, ja Vielleicht gibt es da noches Neues, Neues, Neues Kürbisgein, ne ne ne, ich finde nichts Neues, ok Ähm, Infanterieausrüstung, der Kürbisgein müsste eigentlich ziemlich weit Oh, Wahnsinn, eh, warte mal, wo war der Helm? Hier Durch Kürbisgein kann man nämlich Masken kaufen Die, ist natürlich nicht, äh, aber die da Man sieht hier, Kürbisgein, kosten ziemlich viel, wie ich sehe Waren die vorher auch so teuer? Ich hab keine Ahnung Jedenfalls, die kann man dann mit Kürbisgein kaufen Und, äh, Kürbisgein bekommt man durch, äh, Kürbisse Die will in, äh, Welsbomben Und was, äh, ähm, neu natürlich ist, äh, Event Wurde überarbeitet Ich wechsle noch gleich zu, ähm, Warnung Weil da habe ich es noch gar nicht gestartet Hier habe ich schon was gemacht, man sieht es hier Ich wollte es nämlich testen, was man da bekommt Ne, nur ein Teil, eine einzige Sache Und, das war ein Duplikat, also, nja Das werden Kürbisse sein, äh, Jäger, also ähm, so gleich, ähm Halloweenjäger ist, ähm, Auszeichnungen Das heißt, 10 Kills mit der Halloween-Waffe Halloween-Waffen sind zum Beispiel die, ähm, Bonbon-Kanone Oder Raxium-Messer, also Raxium-Schlitzer oder Schlitzer Und, dann gibt es auch noch Da, Kürbisgranaten Man braucht damit aber ein Kürbis auf Also, oder? Nö, falsch, man wirft sie einfach Die sind komplett ungebrauchbar Die machen so wenig Schaden Äh, das ist wie ein Wurf-Messer, auf gut Deutsch Aber, halt, eine blöde Taste Gut, also, nochmal da zurück, äh, Recher, Naikampf, Kills mit ausgerüsteten Vampir und Albtraum Implantaten Albtraum Ja, das habe ich zuerst auch gesucht, nämlich Albtraum Heißt immer noch Nightmare, hat man natürlich nicht übersetzt Also, aufpassen, gell? Jedenfalls, das ist neu, weil letztes Jahr ist generell gewesen, dass Kürbisjagd Große Kürbis und, was waren noch? Roadkills sowieso Habe ich noch keine gemacht hier, okay Man braucht eine Halloween-Maske Nämlich, ihr habt schon welche freigestellt Hier, schon von letztes Jahr Da, 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 da Der Kürbis-Helm hat letztes Jahr zumindest als Kürbis-Kill gezählt Also, ich weiß nicht, ob das immer noch ist Da, sind noch Halloween-Masken Und die bringen Bonus Man sieht sie jetzt, 20% Aber der leuchtet natürlich Ist ja so Eher auf Esamir zu gebrauchen, wegen Weiß Und so weiter Die habe ich ganz jahren Die Maske Also, damit ja ich direkt loscharten kann Gut, wechs mal zu Banu Und, äh, und Weil, wenn man dort gleich sparmt Dann bekommt man schon welche fertig Also, bis gleich So, wie ist denn hier? Wow, da haben hier 300! Man sieht sie oben, ähm, sind Kürbis-Kerne Und man, äh, ich gewinne schon welche Eins, zwei Anweisungen gewonnen Denn, ähm, die gehen sofort Entweder ist das ein Bug oder Das ist einfach so verankert Nehme ich das sein, ähm Ähm, Mühe-Node, also Nachschub für alles Ja, genau Also, ähm Einmal Nachschub mit der Halluminmaske Ich weiß nicht, warum das so vorgeht Vielleicht ein Bug, aber bei mir Soll es recht sein Und Wiederbelebung ist gleich Oder es zählt insgesamt Also, ihr die ganze Zeit die Maske Und, also Vielleicht zählt das das ganze Jahr Ich habe keinen Plan Und das werden Kürbisse sein Ich weiß noch nicht, ob der große oder kleine Kürbis Äh, auf Kürbisjagd Sollte man, ja generell das Oh, Alarm! Oh nein! Der ist ja vorbei! Ähm, was finden? Wer denn? Terada! Oh je! Wir haben es mir verloren Vielleicht finde ich nur, ähm, schnell irgendwo auf den Nein, auf den Kontinenten findet man nichts Gut, eh, ich wechsle lieber Kontinent Denn auf Hasen einen Kürbis zu finden ist schwierig Außer die Sparmen nur dort Kann er ja auch sein Esame ist nicht offen, Esame ist nämlich am einfachsten So, jetzt habe ich meine Kürbisgranate Schau, da ist ein Kürbis Oh! Genau so schauen die Laternen aus Da sieht man es! Jaaaa! Hallo! Ich bin's! Der Kürbis! Komplett bescheuert So, Nachrichtskosten kostet 1 1 Seed Ah ja, da muss ich noch umrüsten Warte! Umrüsten Hab ich da... Nö, das kann ich jetzt sagen Na, Bonbonkanone Die muss man freistalten Also für einen Anfänger Schwierig Ähm Das Da Nö Halloween-Wäger zu machen Das ist ziemlich schwierig Weil es nur die Es gibt eigentlich nur die Waffen Also die Bonbonkanone Die Granaten Und Das Messer Aber das Messer habe ich schon von letztem Jahr Also Ich glaube Neue haben es da schwierig Aber Ich suche jetzt vielleicht einen Kürbis Da drüben Nichts Da unter dem Baum Nichts Oder Nö Das Bomin ist ziemlich spät Also Ja Das Bomin Auch immer zwei unter vorne Rund um diese Kristalle Aber ich Ja, schau Da ist einer Wollte schon sagen ob ich den finde Schau, schau Schau Kürbis, Kürbis Die knallt man ab Und man bekommt Kürbis Äh Keine Man siehts rum 33 Landt ja nicht Nö, nö, nö Ö, apropos Schau, Kürbis Landt nochmal Hallo Kürbis Habe ich doch eigentlich Nö, ne normales Messer Hallo Hallo Das sind Kürbis Gell Skyp Oh Ihr hätt vielleicht Hatt ausschalten können Bei den Kürbis Und das Screenshot machen Jetzt Müssen wir noch Ein paar Auszeichnungen machen Die was Zu deinem Event Gehören Deswegen Lassen wir meinen Sandra Killen Mehr oder weniger Bist du noch da? Nö Da war nämlich jemand Oh Okay, da kommt ein Moskito Leute Könnt ihr Oh, der ist direkt hinter mir Okay Nein Okay Egal Ihr wollt euch Elon Eigentlich Das mach ich gerne Immer schauen wo ist die Sonne Nehm ich Winter Neue Schotten wirken Und was Uh, in die Seite Komm, sei schneller Ein bisschen schneller Nein Verdammt, verdammt Bleib stehen Bleib stehen Das ist ein Fenner Ei Ich laufe schon die ganze Zeit nach Hallo Jaja, passt schon Es ist besser mich mitkillen Als Den Feind leben zu lassen Eigenartig Da ist noch kein Spion da Doch Da sind sie ja schon Bah Schau, wie schnell das geht Zwei von drei Später wird es extrem Denn, äh, ich bin Als Daraner schon ein paar Oh ja, da kommt er aus Die Spion Es geht los Und schau, wie sie Schöne Kübel sie da haben Ähm, ich warte noch Denn da sind noch Zu viele Leute Komm Lieber nicht auf dem Heavy gehen Okay, vielleicht doch Denn der hat generell ein Größeres Leben Also mehr Leben Okay, ja und er ist erledigt Und so macht man das Hallo Oh oh, der kommt gleich Schau Nein Egal Danke Ich lade lieber auf Äh, ich lade lieber auf Äh, der Bonus Was ich gerade habe Äh, ich bin Spion Gilt ja nicht Weil das nur mit Schnellmesser Schlaf gilt Nein Sieg auf, an die Kollegen Ja, danke Aber das war meine Schuld Also Ich bin selber reingelaufen Die kommen immer direkt Höchstwahrscheinlich Höchstwahrscheinlich wirklich Weil ich Halloween-Masken die ganze Zeit An habe Oder vielleicht vom letzten Event Ich weiß es nicht Kopfloser Reiter Ja, da müsste man mit einer Halloween-Maske Oh, ich habe ja keine Auf Äh, aussehen Welche nehmen wir denn? Hm Gefolgt mir Und das Und die Weihnachts Gilt natürlich nicht Na, du leuchtet zu viel Nimm mal die Die gefällt mir einfach Oder soll ich nicht? Ich bin Dürme, die da Die ist zu auffällig Als Spion ist das vielleicht eine schlechte Idee Gut Nein, ich habe auch noch Weil ich noch passt gut dazu 2000 Spann Oder warte mal Der andere Bringt ja mir einen Bonus Warte mal Warte mal Warte 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 Ähm 15 15 15 15 15 Also den was man letztes Jahr gewonnen hat Ähm Oder Den da Der ist ja 20 Uh Letzte Und vorletzte Also Okay Den gibt's nicht mehr Oder Ist der irgendwo doch versteckt Nein Den gibt's nicht mehr Und dort bekommt man Da Das habe ich vergessen Also zum Wieder auf Stehen Das ist cool irgendwie Bei 15 Kleinen Irgendwie ist das cool Irgendwie ist das cool Aber eher Ich verwende Das wahrscheinlich eh nie Aber Wollte nur zeigen Mhm Vielleicht finde ich mir ein Kurbis auf dem Weg Die sind Ähm Immer irgendwo Neben Straßen Weißens immer da wo Was los ist Also mitten auf dem Berg Könnte zwar auch sein Sofern er nahe genug ist Ähm Bei irgendeinem Gebiet Wo man campen könnte Wenn man zu weit weg ist Dann ist sehr unwahrscheinlich Dass da Kurbis steht Denn man soll sie ja finden Deshalb Es bringt zwar was Ähm Vom Weg zu kommen Aber öfters bomben sie Rundum Wege Mhm Oh mein Fleisch Oh Oh Nix da Haha Idiot Du schießt auf die Panzermine Die kann man weg reparieren Ich wollte gerade tauschen Aber okay Pfeifen Aber eh Egal Denn mit einer Panzermine Kann man den Sanderer Nicht zerstören Oh Ich nur so Vermutung dass da Irgendwer Spion ist Aber er kann sich schwer Im Wasser auf Halten Denn Man sieht da Bewegungen Oh 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 da ist er Da im Busch Da Da Oder neben dem Busch Ich glaub neben dem Busch Wenn er sich bewegt Sehe ich ihn Da da Komm 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 Danke Niemals bei dem offensichtlichsten stillen Versteck Aber irgendwie doch Shit 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 Die haben da oben so wie Sensoren Oh oh Da kommt wer Hahahaha Okay Das ist noch gut gegangen Äh Nein nein Boah Ihr hast die Sensoren Hilfe Und das Problem ist Wenn ein Spion So geklockt ist Und Hin und her schaut Dann sieht man ein bisschen wieder Also ganz ruhig sitzen bleibt Läu ich schwer Ganz ruhig Ganz ruhig Und ein bisschen in Graswey Das bewegt sich Dann sieht man es schwerer Okay Das war eine schlechte Idee Zu spoten Ohhhh Nein Hallo Ich will wissen Ich wollt wissen wo der Spion niederhackt Denn das ist mir so oft passiert Dass er neben mir nieder sitzt Da ist ein Spion Irgendwo So Also immer irgendwo wo eine Animation eine Bewegung ist Und spoten darf ich jetzt auf gar keine Falle Da laufen sie alle zu mir Denn das hört man Außer sie spotten selber Denn dann wissen sie nicht Wer das spotet Außer man spotet einen Einen Panzer Dann ist nämlich offensichtlich Wenn Wenn der schreit Feindlicher Browder gesichtet Ja Dass man dann Feind ist ist klar Ja Warum laufen die weiter? Keine Stehen! Umso länger ich sitzen bleib Äh Umso länger ich da abbleib Umso höher ist die Chance Dass mich jemand sieht Äh Geht Einfach vorbei! Scheiß drauf! Ja Ja Schon wieder vorne hat die Kollegen Das lag ich Da ist ein Spion Ich warte immer ein bisschen niedersitzen Da kommt gleich ein Spion Ah der ist da hinten Nein der ist da Ah ja Ich hab dich Oh Das war Zufall Das ist interessant Dass man durch Zufall Allmal auf andere Spione trifft Neuer Sandra Neues Glück Das hat schon besser funktioniert Weil Ein Baum ist eine gute Deckung Weil man so schnell rundherum laufen kann Warum man immer in der Nähe von einem Spion läuft Zuerst kommt niemand Und plötzlich Richtung Spion Verbiss dich doch Wer ist gleich sehen Die kommen jetzt alle zu mir Das ist nämlich normal Die laufen immer irgendwie zu Spionen Was eigentlich komplett ziellos ist Denn der Spion sollte sich ja verstecken Wie war es Ich sollte nicht so rumlaufen Aber ich tue es Ich habe Kürbisse drin Okay Ich kann sie jetzt mal zeigen Wenn ich ein Opfer finde Ich kann sie nicht Tja Nein Äh Was ist das denn? Oder scheiße ist das die Granatentasse so komisch ist Tja 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 Läuft Tja Und wieder von der Teamkollegen Das ist die Heute arbeiten wir mit den Teamkollegen Tja Tja Jetzt bekommen wir ja mal Punkte Tja 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 ok, die Granate ist echt das größte Müll dazu bringen in die Deckung zu gehen für das war jetzt nicht die gut ok, gut, 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 gut ich renne einfach nur rein und wieder raus ah, ok, jemand ist auf den Punkt weil man sieht so oben, auch oben, wenn im combat oder sowas steht, umstritten steht auf deutsch, ok, wusste ich nicht so scheiße ich, wenn jetzt umstritten ist, wissen sie, dass ich da bin deswegen muss ich abhauen und da schnell raus und jetzt machen sie sich keine Sorgen und dann leg ich sie ab, wenn sie raus sind jetzt komm wieder zurück klar, jetzt kommen sie wieder so bringe ich die Kollegen dazu oder die Feinde dazu, sich zurückzuziehen hey, hey, hey ok der reizt schon hinten die suchen mich man sieht es an der Taschendampe da unten man hat zu kurz die Wand durch die Wand gesinkt nein, das weiß ich nicht da suche ich mich immer noch, oder? nein, da suche ich mich sehr schön äh, umstritten schön das ist immer gut, wenn wir kurz ankäppen weil, da sind sie immer abgedenkt zumindest ab, boah sonst sind nicht so viele mehr davon und wenn sie die suchen müssen könnte sie ja keine killen wow ah gut der ist tot wir haben keine Indiegranate ok geil platziert ja ok wenn jemand da rüber läuft wo sie eher unwahrscheinlich ist Reparatursandra geht immer sagt man ja und solange der Ponsor da vorne lebt äh Sanderer spawnen vor zum Beispiel und rückscher ah, ich decke es auch nicht Nstanding Nienienienienienienienienienienienienienienienienienieniii in Heck das Heck das Heck verstecken gut geht läuft denn so werde eher ein Panzer repariert Ähm soa, wichtig damit unser Panzer tot kommt Ich habe geschaut, ob man irgendwo eine MP-Granate hinderten kann, aber nein, leider nicht! Keine mehr! Das andere geht immer! Ich will da nur eine MP-Granate rein! Da ist das andere! So, markiert! Am besten doller! Wo? Hallo? Warte, 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 warte! Ich muss da um die Ecke! Aber am besten, wenn niemand schießt! Niemand von uns und niemand von den Kollegen! Panzer fährt zurück! Gut, jetzt! Ah, gut, er schießt auf den Vorsch! Warte, warte, warte! Okay, vielleicht ist das eine schlechte Idee, weil da gibt es keinen anderen Weg! Äh, aber die Kollegen, ähm, sind da! Also gut, schieb aufgeladen! Ja, 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 ja! Sehr schön! Oh, wo bist du? Nein! Oh je! Aber okay! Hat funktioniert! Ja, hier habe ich jetzt Regeneration bekommen, was gut ist, weil die wollte ich ja haben! Danke! Okay! Oh! Nein, Kettleuch geht eigentlich besser! Denn so ist man, äh, kann man schneller schleichen! Schleich fast besser! Aber Regeneration brauche ich eh für andere! Also, über den! Ähm! Eben Abstand halten! Ich schau gar nicht auf der Carte ob mich jemand anschaut! Ohgaaot! Ehm! Hat hier jemand auch noch die Taschendompe? Nöööööö. Wir sind mirقott noch zu gefährlich da! Schei**a! Hauptsache ein Kiel Ab und zu kann man auch scheiß drauf spielen Das ist ein gutes Spiel Oh, da ist schon ein Spiel Lass mich roten Nein, gar nicht Ich wollte sagen Von einem Teamkollegen Denn das passiert oft Die werden jetzt alle durch den Tunnel gehen wollen Und deswegen gehen wir da her Und platzieren da hinten Einen Sensor So sind alle meine Punkte Yeah Okay Ich laufe rein Ja, das war geil Alter Ich laufe rein Ja, mir ist egal ob ich rauf geh. Hauptsache wir haben die Sandara. Gut, ähm, Minen, 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 Minen gibt's keine, das ist super. Das schaue ich immer so aus. Äh, aufladen, okay, da oben, da oben. Uh, uuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh. Die bleibt hinten, die bleibt... Böh, bist du wirklich so ein Idiot? Der hat mich angeschossen und nicht gekinnt. Elebit! Elebit! Dort bleibt man hin an der Ecke. Ist doch wohl kein Feind. Aber höchstwahrscheinlich mit dem Kopf da. Die haben die Seite komplett zu, ja? Nein, man kommt da rüben rein wahrscheinlich. Das Problem ist nur, wenn man mit dem Kopf auch streift. Tja, dann hat man ein Problem. Oh Gott! Nein! Also da kann man nur als Spion dann reingehen. Denn ansonsten kommen die Turrets. Tja, schau, genau. Das ist dann das Problem. Danke für's Sorgen. Da pass ich nie durch. Risiko? Nö, nicht Risiko. Ich geh außen rum. Die werden da höchstwahrscheinlich einen Sensor haben. Ah, ich bin so still. Ja, wir haben garantiert einen Sensor. Ansonsten würde der Spion nicht hier suchen. Am besten nicht da unten und noch weglaufen. Ich will nur schauen, ob da irgendein Sensor ist. Oh genau, Flieger. Ja, gut, Flieger. Der hört gleich auf zu schiessen, deswegen lieber nicht. Und da ist der Sanitäterschild dort auch nicht. Also den da. Noch Überraschung. Nein, ich bin abgerutscht. Aber cool. Gut, äh, ja. Ich glaube, das war's heute. Ähm. Momentan werde ich zwar, äh, Planets A2 Aufnehmenpause machen. Aber, ich habe schon ein paar von produziert. Die sind ein bisschen älter. Ich hoffe, das stört nicht. Aber, die sind cool. Zumindest, die, was ich noch Erinnerungen habe. Also, man sieht sich dann dort in den Videos oder in einem anderen Video. Also, man sieht sich dann. Saubus.